Auffahrt zur Kalvarienbergkirche Hier geht es später den mittleren Weg weiter Die Kalvarienbergkirche Der Friedhof mit Rastplatz davor Die Auffahrt zum Rastplatz haben Sie im Glück Gerade Auffahrt zum Hirtstein, rechts geht es später weiter Bei der Infotafel zum Wackelstein stellen wir das Rad ab Zu Fuß geht es in leichter Kletterei auf und um den Hirtstein herum Die Kalvarienbergkirche Die Kalvarienbergkirche Die Kalvarienbergkirche Vom Felsen gegenüber dem Gipfelkreuz kann man die schönsten Fotos schießen Die Kalvarienbergkirche 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 Das war's für heute. 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 Vom Gipfel fahren wir ein Stück zurück und biegen bei der gelben Tafel links ab. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.